Ein Beitrag von Julia Schweiger war das. Wir bleiben aber noch bei der Mozart-Woche. Und zu diesem Thema begrüße ich einen wunderbaren Gast bei uns im RTS-Studio, Iris Steiner. Sie ist extra aus Augsburg zu uns gekommen. Augsburg-Mozartstadt. Ganz wichtig. Augsburg ist die deutsche Mozartstadt und ich bin zu euch, zur österreichischen. Du bist jetzt eine Mozart-Botschafterin. Ich bin jetzt die Augsburger Botschafterin für euch. Iris ist aber nicht nur eine Mozart-Botschafterin, sie ist auch Chefredakteurin des Opernmagazins Orpheus, eine Partnerin von RTS, wenn es um die Vermittlung von guter Musik geht. Iris, die Mozart-Woche spielt heuer unter anderem, zum Beispiel im Oval, im Europark oder im Stiegelkeller. Passt denn Mozart in ein Einkaufszentrum oder in eine Bierhalle? Ja, so gut wie kein anderer. Ich bin mir relativ sicher, dass der Mozart wäre er jetzt am Leben im Einkaufszentrum und im Stiegelbräukeller aufzufinden wäre. Außerdem meine ich gehört zu haben, dass der auch durchaus dieses Bier getrunken haben soll, was einer der Gründe ist, warum sie im Stiegelbräukeller spielen. Ein Clown soll er ja auch gewesen sein und da wieder die Querverbindung zu Rolando Villason. Ja, also wenn man mit dem Rolando Villason spricht, dann ist er ein begeisterter, enthusiastischer Fan, ist viel zu wenig, aber er verkörpert diese Idee. Und ich glaube, wenn die zwei sich kennengelernt hätten, die wären auch Freunde gewesen. Das ganze Thema Mozart-Woche beim Villason zu lassen, ist eine ziemlich gute Idee im Sinne der Figur. Er ist auch der Erste, der ausschließlich Mozarts Musik bei der Mozart-Woche bringt. Das haben wir noch nie gehabt eigentlich. Ja, er hat mir gesagt, als er damals angetreten ist, wenn nicht das zu schaffen ist, mit Mozarts Musik zwei Wochen zu füllen, dann brauche ich hier nicht antreten. Ja, das Oeuvre dieses Musikers ist ja wirklich unglaublich für seine kurzen Lebensjahre. Eben. Rolando Villason ist aber auch einer, der sich auf die Straße stellt und vor dem Geburtshaus Mozart sein Ständchen singt. Wie findest du das? Super. Es wird auch, finde ich, Zeit, dass man mit der Klassik ein bisschen rausgeht. Und wenn der Rolando Villason als einer der wenigen Künstler, die auch tatsächlich in der Lage sind, in Fernsehshows Werbung zu machen, auf eine Art, die Menschen akzeptieren, die nicht nur in die Oper oder ins Konzert gehen, dann hat man ja viel gewonnen. Also siehst du die Chance, dass mehr Menschen zu Mozart kommen dadurch? Ja, ganz sicher. Also wenn das irgendeiner schafft, dann Rolando Villason. Gehen wir vom Intendanten weg und gehen wir hin zum Programm selber. Da gibt es ja wirklich Highlights und ich werde dir es jetzt schwer machen. Wenn du dir ein Konzert aussuchen müsstest, dann sage ich einmal Daniel Barenboi mit den Wiener Philharmonikern, die Pianisten Andra Schiff, Marta Agerich oder Mitsuko Uchida, einer meiner Lieblinge, oder der Salzburger Hagenwardett oder die Sänger Luca Bissarone oder Ferruccio Fulanetto. Was würdest du dir aussuchen? Also ich suche jetzt mal keinen Sänger aus, weil dieses Jahresmod... Als Opernmagazin, Chefredakteurin suchst du dir keinen Sänger aus? Nein, ich suche mir jetzt keinen Sänger aus. Das Jahresmagazin ist Streichinstrumente und Anne-Sophie Mutter hat ihr Debüt mit gleich drei Konzerten in der Mozart-Woche und die nehme ich jetzt. Die Anne-Sophie Mutter ist ja ein Karajanzögel, kann man das so sagen. Sie waren natürlich schon in Salzburg, aber eben nicht bei der Mozart-Woche. Kannst du überhaupt Mozart spielen? Ich nehme an, dass sie Mozart spielen kann. Ich bin ein Opernmagazin, ich kann das nicht beurteilen. Aber ich gehe mal davon aus und ich finde, es ist ganz wichtig, dass sie jetzt auch mal bei der Mozart-Woche auftreten. Warum? Sie gehört dazu. Und ich glaube, der Villason hat mit seiner Art und mit seiner Bekanntheit und mit seiner kollegialen Methode wirklich geschafft, alles, was Rang und Namen hat, in seiner Zeit hierher zu kriegen. Ich glaube, du liebst diese wallenden, langen Haare, diese Eleganz dieser Geigerin. Ja, ich glaube, als Kind war sie schon jemand, den ich sehr bewundert habe in der Schule, als sie als junges Mädel da mit Karajanz stand. Das war so die erste, die man mitgekriegt hat, weil sie eben auch sehr populär war. Und sie ist auch heute jemand, die sich hinstellt und ihre Meinung sagt und die sich einsetzt und auch gesellschaftspolitisch einiges tut. Und also mal abgesehen davon, dass sie eine hervorragende Musikerin ist. Also ich bleibe jetzt dabei, ich lege mich fest, ich freue mich auf eine Sophie Mutter. Ich komme dann noch einmal zu Rolando Villason zurück. Du hast vor ein paar Wochen mit Rolando Villason einen ausgiebigen Spaziergang durch die Stadt Salzburg gemacht. Und ich mit meiner Kamera durfte nicht dabei sein. Was habt ihr geredet? Ja, genau. Also es war ganz gut, dass du nicht dabei warst, aber es waren ungefähr dreieinhalbtausend andere dabei. Und deswegen war das Gespräch sehr schwierig. Da wäre es auf mich auch nicht mehr drauf angekommen. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn man mit dem Rolando Villason durch Salzburg geht und die Salzburger lieben den, dann hat man eigentlich keine Chance, ein Interview zu führen. Der ist so nett und freundlich, geht überall hin und bedankt sich und spricht mit jedem. Und wenn man dann nur zwischendurch ein paar Fragen loswerden will, dann dauert das in der Tat. Also ihr habt gar nicht wirklich viel geredet? Doch, wir haben sehr viel geredet. Das war aber auch ein ziemlich langes Gespräch. Und was mir dabei am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist diese Begeisterung. Wenn man ihn kennenlernt und eigentlich vorher nichts weiß, außer aus seinen Rollen, er setzt sich so ein für dieses Thema Mozart und er liebt diese Stadt und er liebt das Ganze drumherum. Und die Leute lieben ihn und dann ist es ein ewiges Buhai und man geht zum Mozarthaus und man geht zum Mozartplatz und man kommt eigentlich nicht mehr raus aus dem Schwelgen. Rolando ist wirklich jemand, der diese Begeisterung verkörpert wie kein anderer. Ich selbst bin auch begeistert von Mozart, ich glaube du auch. Da kann einem schon einmal das Herz übergehen. Liebe Iris, vielen Dank für das Plaudern. Es ist immer ein Vergnügen und wir, liebes Publikum, wir kommen zur bildenden Kunst. Das ist immer ein Vergnügen und wir, liebes Publikum, wir kommen zuerst.